Hallo Leute, Willkommen zu meinem Video. Ich will euch zeigen, wie ihr Windows Vita Home Premium oder Routure von Windows Vita in VirtualBox installiert. Also hier braucht ihr die Software, für Windows Vita, egal, Home Premium oder so. Ja, und dann zur Zeitbox. Das ist hier eine virtuelle Maschine, wo man präzifte Systeme aufgeteilen kann, ohne sein eigenes Windows drüber spielen. Ich brauche das und das. Über Linux werde ich noch ein Video machen. Für Windows 7 habe ich schon ein Video gemacht. Ok, dann wenn ihr runtergeladen habt oder gekauft habt, ich habe keinen Download Link gefunden, außer bei Amazon. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Wenn ihr euch das gekauft oder runtergeladen habt, dann drückt ihr auf Neu. Dann schreibt ihr den Namen Windows Windows. Dann macht man RAM Speicher auf. 1.025, das ist 1 Giga. Weiter, Fettplattenerzeugung. Die Pads. Weiter. Weiter. Achja. Das obere. Heißt. Das obere bedeutet, wenn ihr wenig Speicherplatz habt, dann wird automatisch vergrößert. Ich nehme mal Fettplatten. 25 Giga. 25 Giga. Dann tun wir auf 15. Ich tue mal auf 15 Giga. Dann erzeugen. Dann erzeugen. ja ich zeige euch dann heute noch bei dem in diesem video die installation von windows und wenn du wieder ausschaut mach ich mal pause ja bei mir sind fertig wenn bei euch fertig ist dann schaut so aus hier haben wir die einrichtung beendet müssen wir noch ein bisschen ändern wenn die drei angeklickt sind wenn die drei nicht angehackelt sind dann tut ihr das obere und das untere dann geht ihr hört bei hauptspeicher wenn ihr eine städte brennt habt damit wir da unten so wenn ihr eine idee gefunden habt und untergeladen habt damit wir da für premiere master dann die jeweilige datei auswählen von windows video ich habe eine idee Tom 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 Komite, ich lade jetzt. I. ich habe hier ein bisschen zu lang dauert und die oder laufwerk und dringend die kommt mal die kürpik die kürzungen die kürzungen die verliegte auch wenn er steht um dann einfach auf ok auch hier geht nur auf ändern anzeigen also auf ändern anzeigen 3d beschleunung aktivieren wiederholen wer dort abhacken hört unter anzeige speicher wieder ein giga ein tollen fernstig ein tollen fernstig nacht nacht ok und die jude ich habe auf eine CC gebrannt darum wurde ich von einer CC ist etwas zu wissen ich habe es so schön fangen in der Kugel beseitigt drei, zwei, drei und drei und drei Oh nein. Jetzt sehen wir die Person da, müsst ihr irgendeine Art wählen, wenn ihr TCC gekauft habt. Jetzt sehen wir die Person. Jetzt sehen wir die Person. Jetzt sehen wir die Person. Entschuldigung. eine weitere Version, die wurde in einen ganten Pack gekauft, da habe ich gerade gewählt, Vinovita Ultimate, die künftig in einen ganten Pack Vinovita gekauft mit den Versionen, ich habe vorher ein Angebot, darum habe ich mir gedacht, da hätte ich mal einen Kaufen in einem ganten Pack mit der Version. Vinovita Premium, derzeit 88 Euro, ja 88, nein eigentlich 90 Euro, wenn man sie anschaut, fängt die 5 Cent, ja, so wird es auch 10. Schau mal, wie will ich noch, ich Peek, das ist ja alt, sehr alt, 50 Euro. Aber ich glaube, Vinovita, Z-Person kriegt man, glaube ich, nicht mehr. Aber auf Vinovita Z-Person hat ich schon mit ihr halt dann googeln. Die Z-Person habe ich dabei nicht gefunden, darum habe ich meine Vollversion CC reingelegt und von sehr kaputt, mit ihr dann halt nach Vinovita Z-Person googeln. Ja. Aber wenn ich noch eine Zeit zu finde, aber ich glaube eher nicht. Die Fall ist immer gut irgendwie nicht. Philipp Hall, ich hab heute gesagt, dass sie gewinnen müssen machen können, nur was ich normalerweise nochmal dürfen lass OM pointers sind. Ja, ich würde hier also Ich hab das nämlich gekauft. 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 Ja. Ja. Ich hab das nämlich gekauft. Ich hab das nämlich gekauft. Ich weiß, dass ich noch überprüft bin. Bin ich wieder. Bin ich wieder. Bin ich wieder. Bin ich wieder. Ja, ich bin wieder. Ich bin wieder. ... ialte ... ... ... ... ... ... Ja, kann ich anders auf die Pindel-Team. Kann ich anders. Ja, jetzt geht er weiter. Gehen wir mal auf Anwartungen, wie das ausschaut und bei Windows 7 kann anders, viel besser. Gehen wir mal das Bild Schimmauflösung hochstellen. Ja. Da die Faktivte Höchste übernimmt. Die Faktivte Höchste übernimmt. Die Faktivte Höchste übernimmt. Die Faktivte Höchste übernimmt. Und da drauf klicken oder an der Möglichkeit jetzt rausgeben, Mini-Anwendungen. Die Faktivte Höchste übernimmt. 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 Ja. die stimmsteuerung unterbinden mit wenn euch das video gefallen hat abonniert mich und ladt mir ein like da und ich freue mich über eine bewertung wenn ihr auf den neuesten auf den neuesten stand bleiben wollt dann abonniert mich